Hallo alle zusammen, ich bin Tatjana aus Dortmund und möchte mich heute vorstellen. Ich bin in einem Katalog bei Senia Drogen, bei Partnervermittlung. Ich möchte auch gerne ein bisschen mich präsentieren. Heute bereite ich zum Mittagessen ein Fleisch. Jetzt probiere ich zu zeigen. Grille, eine Butterflasche zu grillen. Leider habe ich keinen Balkon, darum bin ich hier auf dem Fensterbrett, mein Elektrogrill gemacht, vorbereitet. Und ich hoffe, es wird eine gute, leckere Mittagessen für Sonntag. Ich bedanke mir für alle, für offene Sonntag. Tschüss!